hallo und willkommen bei tooltime.de eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich ein Mainboard, das ist ein ASUS Mainboard, ein richtig schönes. Das ist mit Intel Core i7, hat 16 GB RAM, hat zweimal PCIe-Express für Grafikkarten und ein Problem aber, es funktioniert aber nicht so richtig, das heißt man kann es einschalten, aber es kommt kein Bild. Da schaue ich mal, ob man sowas reparieren kann oder ob das wirklich ein Fall für ein Elektroschrott ist. Im günstigsten Fall ist natürlich irgendwas verstellt, im schlechtesten Fall ist da wirklich irgendwas kaputt am Board, vielleicht an der CPU, am Sockel und man kann es wirklich dann nur noch entsorgen. Das Board hat eigentlich alles, was man heute braucht. Das hat hier USB Ausgänge, dann DisplayPort, HDMI, optischen Ausgang hat es auch, PS2 auch für GEMA, dann einmal ein VGA-Ausgang, dann der DVI-Ausgang, dann wieder USB und hinten Soundkarte, Netzwerk. Sind dann 16 GB RAM, 4x4 GB hier von Corsair und die haben auch hier oben so ein Kühlkörper drauf. Das Board hat noch zwei Besonderheiten, ist bestimmt einigen schon aufgefallen. Hier unten rechts ist ein Schalter, also ein mechanischer Schalter, ein EPU-Schalter und hier oben links gibt es einen GPU-Boost-Schalter. Steht dann hier im Handbuch drin, GPU-Boost, gehen Sie mit der GPU-Level-Up an die Grenzen, GPU-Boost beschleunigt die integrierte GPU für extreme Grafikleistung und das ist natürlich schon mal ein Ansatz, wenn es hier kein Bild gibt, könnte natürlich das hier an dem GPU-Boost liegen, dass das vielleicht in irgendeiner Form defekt ist. Das ist hier oben dieser kleine Schalter. Das hier ist der EPU-Schalter, steht hier im Handbuch, entdecken Sie den weltweit ersten Echtzeit-PC-Energiespar-Chip durch einen simplen integrierten Schalter und das kann natürlich auch immer eine Fehlerquelle sein. Über dem Stromstecker, da gibt es noch einen kleinen Taster, das ist dieser kleine schwarze Taster, das ist der MEM-OK-Taster, wie es hier steht, jeder Speicher ist A-OK, Ausrufezeichen steht hier mit MEM-OK, stellt man Bootspeicher-Kompatibilität schnell her, kann man draufdrücken und dann wird wohl der Speicher geprüft. Eine BIOS-Batterie, das ist natürlich auch immer eine Fehlerquelle, gerade wenn die älter ist und die ist bestimmt schon einige Jahre alt und das scheint auch die Original zu sein. New Sun, vielleicht auch nachgekauft, getauscht, weiß man nicht so ganz, aber bei so einem Mainboard mit solchen Funktionen kann sowas natürlich hier dazu führen, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Diese Probleme, dass ein Board sich einschaltet und dass es scheinbar funktioniert, aber es gibt kein Bild, das hat man natürlich öfter, kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel jetzt hier unten drunter was am Sockel ist, dass da vielleicht ein Pin verbogen ist beim Einbau früher mal und dass dieses Problem erst später auftrat, gucke ich mir auch mal an. Dankeschön an den Max, der das Board geschickt hat und er hat das so betrieben, wie man das hier sieht mit dem Lüfter, mit dem Prozessor und auch mit den RAM-Modulen und das war in einem Gaming-PC drin, hat auch immer gut funktioniert, aber Problem ist eben, dass der Lüfter anläuft und das Mainboard normal zu sein scheint, aber es gibt eben kein Bild und bevor man das natürlich jetzt einschaltet, erstmal gucken, dass hier nichts mechanisch abgebrochen ist, verbogen ist und dass hier nichts weiter optisch schon mal auffällt. Ganz wichtig ist eben, dass keine Pins verbogen sind, hier vorne zum Beispiel, wo der Einschalter aufgesteckt wird oder hier zum Beispiel bei USB, da hat man das gerne, dass sich irgendwann mal hier was verbiegt, wenn man Stecker abzieht, draufsteckt, schief draufsteckt oder ähnliches oder beim Einbau mal und da sieht aber alles gut aus, hier sind keine Pins verbogen, einige fehlen hier und die sind aber okay, also die gehören da auch nicht hin, die haben schon immer gefehlt und hier drüben, da sieht auch alles ganz gut aus, da berühren sich keine Kontakte, sonst auch nichts auffällig, dass hier irgendwas abgebrochen wäre oder so. Wenn man so ein Board hat, auf jeden Fall immer das mal mit dem Handbuch vergleichen und das ist jetzt hier die offizielle Asus Beschreibung und da fehlen eben auch genau die Pins, die jetzt hier am Board fehlen, also das gehört so. Besonders gern und leicht verbiegen sich diese Pins von dem USB 3 Frontanschluss von den Gehäusen, was hier ja drauf kommt und die kriegt man auch kaum wieder gerade gebogen, die sind noch ein bisschen dünner, noch ein bisschen kleiner als hier hinten die von USB 2.0 und so weiter, aber die sind auch allok. Hinten fehlt auch wieder ein Pin, bei diesem Board, bei anderen Boards nicht, aber hier gehört das auch so. Das Board selber ist kaum verstaubt, hier ist ein bisschen drauf, ist ganz normal und hier die Kondensatoren, die sehen auch wirklich super aus, sind alles Solid Cap Kondensatoren auch hier drüben, da hinten sind das diese und die sind optisch jetzt hier unauffällig, also nicht erkennbar ausgelaufen, tun die meistens auch nicht und sind auch nur sehr kleine. Wenn man irgendwelche spezifischen oder unspezifischen Probleme hat mit einem Mainboard oder einer Grafikkarte, dann ist es immer ganz gut, wenn man sich die Schnittstellen mal genauer anguckt. Teilweise sind da Kontakte verbogen oder abgebrochen oder da steckt noch irgendwas drin, irgendwelche Teile von einem Stecker und das ist hier aber scheinbar nicht der Fall, da sieht alles ganz sauber aus. Eben auch gerade hier bei HDMI und DisplayPort, wenn der Rechner ungünstig steht und man steckt ein Kabel rein, dann kann man das gern mal hier falsch reinstecken und dann verbiegt man in, was scheint hier aber nicht der Fall zu sein. Ich habe das Ganze jetzt hier aufgebaut und angeschlossen, kann man jetzt direkt einschalten, mal gucken, was da passiert und das Wichtigste ist natürlich immer hier der kleine Lautsprecher, aber wenn es da Probleme gibt mit irgendeiner Komponente, dann wird das ja über diese Biosignaltöne angezeigt und hier unten in der Videobeschreibung, da findet Link zu Wikipedia und wenn es ein Problem mit der Grafikkarte gibt, dann piept es ja meistens hier einmal lang und zweimal kurz. Ich habe jetzt das Netzteil eingeschaltet und habe hier vorne gar nicht drauf gedrückt und da ist der Rechner direkt gestartet oder das Mainboard. Das sieht eher so mittelgut aus, muss nicht schlecht sein, aber normalerweise geht es ja in den Standby-Modus und man schaltet es hier vorne drüber ein. Bild gibt es auch keins und hier leuchten aber einige LEDs rot. Hier sieht man zwei LEDs, einmal diese grüne LED, das gehört so, die leuchtet grün, sobald hier der Rechner eingeschaltet ist bzw. da Spannung anliegt und dann gibt es hier noch die rote LED und das ist die LED scheinbar für diese EPU-Funktion und mal gucken, ob die rot oder grün leuchten soll, je nach Handbuch. Hier noch eine LED, die rot leuchtet, das ist der GPU-Boost und das hat ja zumindest schon mal was mit der Grafikkarte zu tun. Die Power LED, die hat zwei Zustände, einmal hier scheinbar hellgrün und dann dunkelgrün, je nachdem ob im Standby oder Powered Off, aber das ist ja klar, das sieht man ja, wenn der Lüfter sich hier dreht. Die EPU LED leuchtet, wenn der EPU-Schalter auf Enable gestellt ist, also leuchten tut die. Jetzt steht da gar nicht dabei, ob das hier verschiedene Farben sind, aber scheinbar nicht. Und wenn ich den Schalter hier betätige, dann geht die LED an oder aus, scheint also alles korrekt zu sein. Bei der GPU-Boost-LED genauso, die leuchtet, wenn der Schalter auf Enable steht und das ist hier der Fall gewesen und den kann ich auch einen ausschalten. Gepiept hat hier erst mal nichts, könnte natürlich auch ein anderer Fehler sein, muss ja nicht die Grafikkarte sein. Hier steht dann DRAM-LED, die gibt es ja auch noch und falls ein Fehler gefunden wurde, wird die DRAM-LED so lange aufleuchten, bis der Fehler behoben wurde und hier leuchtet ja nichts und so kann man erst mal davon ausgehen, dass die RAMs okay sind. Batterie mal rausnehmen, vielleicht ist die ja leer und da gibt es ein Problem hier mit dem BIOS. Batterie hat 2,99 Volt und ist nicht mehr ganz voll, aber eigentlich ist das vollkommen okay, wenn man die ganz neu aus der Schachtel holt, haben die meistens so 3,1 Volt, 3,2 Volt. Ich setze mal das BIOS zurück, das wird über diesen Jumper gemacht, auch wenn hier unten Chassis steht, das stimmt nicht, hier hinten die Beschriftung ist richtig und lass das einfach mal so eine Weile hier drauf. Jetzt habe ich eine halbe Stunde gewartet, kann man den Jumper wieder umstecken, neue Batterie rein, habe ich hier auch mal die Jahreszahl draufgeschrieben und dann wieder einschalten. Erstmal im Netzteil einschalten und prima, jetzt geht es auch nicht automatisch an, also das hatte schon was mit der BIOS-Batterie oder mit den BIOS-Einstellungen zu tun und hier die LED, die leuchtet auch grün, also das Mainboard hat Strom. Da kann ich jetzt auch den Einschalter hier vorne benutzen, den ich da drauf gesteckt habe und dann geht es auch an, diese RAM-LED, die hat mal kurz aufgeleuchtet und ist dann ausgegangen, stand ja so in der Anleitung drin, wenn die ausgeht ist okay und bei einem Problem bleibt die Länge an, also hier gibt es scheinbar kein Problem, aber leider auch kein Bild. Ich habe mal alle RAM-Module bis auf eins rausgenommen und schalte wieder ein und ja komisch, jetzt geht es direkt auch wieder an, also dieses inkonsistente Verhalten, das ist natürlich nicht normal. Ich habe mal verschiedene RAMs probiert, hier ein anderes Modul mal reingemacht, also die, die dabei waren, gar nicht mehr. Ich habe hier auch noch eine ganze Tüte mit verschiedenen RAMs, hat aber alles nicht funktioniert, also an den RAM-Modulen liegt das nicht. Mal mit einer anderen Grafikkarte probieren und das ist eine PC-Express Grafikkarte, eine GTX 560, aber auch hier passiert nichts komisch, auch dass hier überhaupt nichts piept, weder einmal noch mehrmals. Anderer Slot hier vorne, mal gucken, ob da ein Bild kommt oder irgendeine Reaktion zumindest mal. Ne, tut es aber auch nicht, also Bild bleibt hier drüben schwarz, piepen tut es auch nicht. Nochmal eine andere GeForce, die aber einwandfrei in anderen Rechnern funktioniert, aber auch kein Bild, kein Ton. Ich habe noch sicherheitshalber mal ein analoges VGA-Kabel an den analogen Ausgang angeschlossen, aber auch hier kein Bild. Ich habe jetzt alle RAM-Module rausgenommen, habe mal eingeschaltet und siehe da, da gibt es eine Reaktion. Hier der Lautsprecher, der piept entsprechend. Hier hinten leuchtet die LED rot, also das BIOS selber, das scheint zu funktionieren. Wenn man den Rechner eingeschaltet hat und dann hier drauf drückt, dann geht er auch aus und so kann ich ihn auch wieder einschalten. Also eine Grundfunktion über das BIOS ist da. Ich schaue mir mal die CPU an und mache erstmal den Lüfter ab. Es ist scheinbar nicht die Original-Wärmeleitpaste, weil Intel hat eigentlich immer so eine graue Wärmeleitpaste drauf, zumindest bei den Prozessoren, die ich so gesehen habe. Aber das hier ist noch recht flüssig. Das ist jetzt nicht ausgehärtet. Was natürlich sein kann, ist, dass die CPU ein Problem hat. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass der CPU-Kühler nicht richtig sitzt. Das heißt, die CPU wird ziemlich schnell heiß innerhalb von Sekunden und dann gibt es kein Bild und der Rechner schaltet sich vorsorglich ab. Das wäre zumindest mal denkbar. Mal schauen, ob hier irgendwelche Kontakte verbogen sind unten drunter. Da gibt es leider ziemlich viele Fälle. Das muss auch gar nicht mal auf den ersten Blick ersichtlich sein. Ist aber nichts zu erkennen hier, dass hier irgendwas verbogen ist. Man muss da wirklich alle pinzig angucken. Und hier drüben, die sehen hier ein bisschen merkwürdig aus. Gucke ich mir gleich nochmal von der anderen Seite an. Hier ist ein bisschen Schmutz zu sehen. Da ist irgendwas. Das sieht aber wie Staub aus. Aber so direkt verbogen ist hier erst mal scheinbar nichts. Einige Pins sehen zwar so aus, als wären sie verbogen, sind es aber nicht. Da sind zum Beispiel die Pins, die hier zu sehen sind. Also hier der Sockel, der ist einwandfrei. Wärmeleitpasta habe ich neu drauf gemacht. Das Ganze wieder hier drauf gesetzt und wirklich nochmal kontrolliert, dass es auch wirklich richtig sitzt hier. Manchmal lösen sich diese Beinchen ein bisschen und dann hängt er an einer Seite in der Luft. Und mal schauen beim Einschalten. Gibt aber kein Bild. Ich kann den aber hier vorne ausschalten. Mache mal das RAM-Modul raus. Schalte ihn wieder ein. Und dann hört man wieder den RAM-Test, dass er eben keinen RAM findet. Ich probiere einfach mal eine andere CPU aus. Könnte sein, dass die kaputt ist. Eher unwahrscheinlich, aber gut möglich. CPUs hat Intel gefühlt tausende verschieden rausgebracht und die letzten, die sahen optisch auch immer gleich aus. Ganz schön schwierig hier auseinander zu halten. Hier habe ich einen Intel Core i5-1156er Sockel. Der passt aber nicht, auf keinen Fall. Und da müsste hier auch noch ein anderer ein L55er sein. Das ist ein Intel Pentium G630. Also der sollte keine Probleme machen. Alte CPU habe ich hier drüben ausgebaut. Neue kann hier rein. Und dann noch Wärmeleitpaste drauf. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ich glaube mal nein, weil der ist auch jetzt hier wieder direkt angegangen. Und Bild gibt es hier keins. Piept auch nicht. Und der Lüfter, der sitzt aber perfekt auf. Keine Probleme. Ich mache nochmal die Gegenprobe ohne RAM-Modul. Ist jetzt draußen. Das sollte jetzt hier gleich piepen. Hier drüben leuchtet schon die LED rot. Gucken, ob man das so sieht. Und da piept es auch. Also hier hat das BIOS erkannt, dass kein RAM-Modul drin ist. Und wenn das BIOS piept, dann ist aber auch die CPU prinzipiell erst mal okay. Weil ohne CPU piept hier gar nichts. Und wenn eine kaputte drin ist, wird ja auch nichts piepen. Kann natürlich auch sein, dass das BIOS einen Defekt hat. Und das ist der BIOS-Baustein, der hier zu sehen ist. Der ist richtig schön gesockelt. Und den kann man rausnehmen und auslesen. Das kann ich mal versuchen. Der Baustein, der da zu sehen ist, das ist ein Winborn 25Q64 EEPROM mit Byte und Page-Funktion. Und da steckt man BIOS drin. Den nehme ich raus und kann den auslesen. Kann ich mit so einer Zange ganz vorsichtig rausheben. Geht natürlich prinzipiell auch mit einem Schraubenzieher oder mit zwei. Aber mit Zange ist einfach besser. Und so sieht er dann ausgebaut aus. Das ist das Programmiergerät. Da kann man den Chip mit auslesen und mit beschreiben. Und da wird er reingesetzt. Hier drüben ist dann das Schema, wie diese ICs dann hier reingesetzt werden. Und kommt dann so rum hier rein. Und dann wird der Riegel hier runter gemacht. Und dann sitzt er hier feste drin. Das Programmiergerät ist angeschlossen an das Notebook. Da läuft Windows 10 drauf mit dieser Programmiersoftware. Die ist von Bartronix. Und so sieht die aus. Da kann ich den Chip mit auslesen. Da kann ich den Chip mit beschreiben. Allerdings im Idealfall nicht jeder Chip ist kompatibel mit dem Gerät. Mit der Software kann gelesen werden. Und hier sieht man noch den alten Chip, der da vorher drin gesteckt hat. Ich klicke mal auf Chip Autoerkennung. Und da kriegt man gleich die erste Warnung. Achtung, bei der Autoerkennung können bestimmte Chips verändert werden. Also die Daten können da manipuliert werden. Also versehentlich. Und das ist natürlich immer ein gewisses Risiko. Ich klicke mal auf Ja auf die Autoerkennung. Hier drüben, da leuchtet es rot. Und da hat er hier verschiedene Typen gefunden, die er mir vorschlägt. Dann nehme ich hier den dritten von oben. Das ist der W25Q64BV Dip 8. Und klicke hier mal auf OK. Und dann hat er den hier oben eingetragen. Und dann versuche ich das mal auszulesen. Klicke ich dann hier unten auf Ausleseprozess starten. Und da hat er was gefunden. Da macht er was. 2%, 3%. Hier ist das dann zu sehen. Hier drüben leuchten die LEDs. Das Auslesen ist fertig. Das hat ungefähr so fünf Minuten gedauert. Ganz schön lange. Und hier oben Fehler 0. Das hat also prima funktioniert. Und hier sieht man auch das Schema von dem Chip, was der erkannt hat. Das ist auch richtig. Und so sieht so was aus, so ein BIOS. Und hier drüben, das sind die für Menschen lesbaren Zeichen. Kann ich hier so ein bisschen runterscrollen. Ist halt viel mit Nullen drin. Der Chip, der ist eigentlich zum großen Teil leer. Und hier sieht man auch Zeichenketten, die man hier als Mensch lesen kann. Virtual Protect und so weiter. Und hier unten, da finde ich hier BIOS, BIOS Image Hardware. Also man kann davon ausgehen, dass das, was hier rausgelesen wurde, auch okay ist, dass das BIOS hier drin okay war. Ich kann aber sicherheitshalber trotzdem noch mal eins brennen. Und zwar habe ich mir hier runtergeladen von der Webseite von Asus das neueste BIOS für dieses Board. Mit der Funktion hier oben kann ich ein runtergeladenes BIOS in so ein Chip rein programmieren. Habe ich hier schon entsprechend eingestellt den Programmierer. Dann hier den Chip und dann die Datei. Die heißt hier BIOS.ROM. Man muss beachten, nicht alles was man runterladen kann, kann man eins zu eins hier reinbrennen. Das muss man teilweise konvertieren, genauso wie das hier gemacht ist. Dann klickt man hier auf Programmierungsprozess starten. Und dann wird es hier gebrannt. Erst wird der Chip gelöscht und dann werden die Daten hier rein programmiert oder gebrannt oder geschrieben. Je nachdem, wie man das nennen möchte. Ist fertig. Ich kann das Programm runterfahren. Hier drüben steht ein Prozess erfolgreich abgeschlossen und kann den Rechner ausschalten und kann den Chip dann wieder einbauen. Wird dann einfach wieder rein gedrückt und wenn so ein Chip mal kaputt gehen sollte, ist nicht weiter schlimm. Der hier, den kriegt man für zwei Euro neu. Mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Anderes RAM-Modul, anderer Prozessor, neues BIOS drin. Und ich schalte es ein. Läuft aber auch wieder direkt an. Da hat es eben mal gepiept. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und tatsächlich, da gibt es jetzt ein Bild. Das hat ja so 30 Sekunden gedauert nach dem Einschalten. Da ist hier relativ wenig passiert und auf einmal hat es Piep gemacht. Und dann kam hier das Bild und da ist scheinbar das BIOS kaputt gewesen. Ist das P8H77-M Pro alles richtig erkannt? BIOS Version ist 1505 genau. Die hatte ich runtergeladen bei Asus. Und diese runtergeladene Datei, die kann man nicht eins zu eins in einem Programmiergerät brennen. Die muss man vorher konvertieren. Geht mit Linux. Und unten in der YouTube-Videobeschreibung, da zeige ich dann, wie der Befehl dazu ist. Und hier ist dann die CPU. Alles okay. Dann gibt es hier die Spannung, Fan-Geschwindigkeit. Alles gut. Ich habe wieder die RAM-Module reingemacht, die der Max da drin hatte. Werden auch richtig erkannt. 16 GB hier oben. Also die RAM-Module, die waren es schon mal nicht gewesen. Und ich tausche mal die CPU wieder. CPU habe ich getauscht. Jetzt ist wieder der Core i7 drin. steht hier oben. Intel Core i7 2600 3,4 Gigahertz. Vollkommen ausreichend für heutzutage. Ganz besonders mit Linux Mint. Und das ist hier der Pentium, den ich zum Testen reingemacht habe. Funktioniert super gut. Da war der Inhalt von dem Speicherbaustein durcheinander. Also das BIOS hat nicht mehr gestimmt. Wurde vielleicht auch durch irgendeine Software geflasht. Könnte auch sein. Oder vielleicht mal durch eine Spannungsspitze. Kann man sich alles so vorstellen. Weiß man natürlich nicht, was da passiert ist. Und bei vielen neueren Mainboards ist das BIOS ja direkt in dem Chip auf die Platine draufgelötet. Und da gibt es hier solche Adapter. Und da kann man hier diese Klammer auf den Chip drauf machen. Und das andere Ende wird dann auf das Programmiergerät gesteckt. Und dann wird das direkt programmiert auf dem Mainboard. Wenn euch das Video gefallen hat und mir hat es auf jeden Fall gefallen, dann gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Hinweise oder selber schon mal sowas erlebt oder gemacht habt, dann schreibt das unten in die Kommentare. Da antworte ich gerne drauf. Und schaut mal unten in der YouTube Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Links, Tipps und Tricks und auch wie man diese BIOS-Datei konvertiert von CAP in eine ROM-Datei. Das geht mit einem Linux-Befehl. Besucht doch mal die Seite tooltime.de. Die seht ihr hier. Da gibt es noch hunderte andere Beiträge mit Videos, mit Bildern, mit Fotos, mit Tipps und Tricks. Wie man Windows schneller macht, wie man Windows 10 repariert, wie man sein Notebook repariert, wie man Linux installiert, wie man seine Festplatte klont, wie man seinen Drucker repariert. Da sind noch jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an. Da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.